Jo Leute, willkommen zu Rocket League mit Aaron Hallo und Marcel Guten Tag Ich bin ja gerade erstmal graziert am Ball vorbeigefahren Es ist falsch, Tor, hallo Wer war das denn? Ja, weißt du, muss ich wieder retten Der Chef, ich glaube jetzt Aaron, bleibst du hinten oder was? Ja, ich glaube hinten So, eben gerade haben wir 8 zu 2 verloren 8 zu 1 8 zu 1 Marcel, was hast du da für ein Symbol, dieses mit dem Drachen? Ja, das ist, weil ich letztes Season Gold war Oh, weil ich letztes Season Gold war Ja, Gold ist aber nichts Gutes Okay Komm nach vorne Wir sind hier die Ballprofis Nicht die PS-Profis, sondern die Ballprofis Oh, fuck War auf jeden Fall ein Torschuss Na sicher Ich, ich wäre aber lieber die PS-Profis Du, ich prüfe den Reifendruck So Fuck Fuck Weißt du, dass einer von den PS-Profis wirklich Sydney heißt? Hm Das ist einfach sein echter Name Ja, warum solltet ihr auch so nicht seinen echten Namen angeben? Weiß ich nicht Fand ich irgendwie cool Vielleicht heißt der auch los Warum ist keiner im Tor? Bin ich doch Wo warst du denn, Alter? Das heißt ja auch Los Angeles oder so Wenn der nicht Sydney heißt Ah, der war nicht schlecht Boah, fuck Das ist kritisch Gut, dass wir so einen guten Rückenmann haben Ich wollte gerade sagen Den besten, den ihr kaufen konntet mit 2,50 Und der noch Tore schießen kann Wir haben ja 3 Euro jetzt Von der Donation konnten wir uns direkt einen neuen Torwart leisten Und nur für eine Saison Nach geht's im HSV Oh, nö In die zweite Liga Oh, ho, ho Mehr ist das ja nicht Wer bekommt ein Fischbrötchen Vielleicht kriegst du ja drüber 3,50 Euro und ein Fischbrötchen Nach dem Training gibt's immer ein schönes Fischbrötchen für die Hamburger Oh, oh, oh Da ist der Tor Ja, vielleicht schaffen die das ja auch Oh, der kommt, der kommt Nein, er kommt nicht Aber der kommt Ja, ganz cool Oh, oh, nein Alter, wie knapp Hast du das gesehen, Alter? Das war richtig knapp Richtig short Ich hätte den Fass reingemacht Weil ich so ein guter Spieler bin Hey Aaron Bist du? Ja, ich bin tot Ach so Also, fast Jetzt bin ich wieder Hast du Leben verloren Der hat mich echt weggemacht Wie viele Herzen hast du noch? Komm Zwei Ah, fuck Zu weit, zu weit Wir wurden jetzt hier reingedüst Die fallen immer zu dritt auf einen Ball Das müssen wir eigentlich ausnutzen Jawohl, schön gespielt Ja Aaron, komm, nach vorne Spielst du den denn hin? Nach vorne Warum brauchst du den nicht nach vorne? Das finde ich schon nicht mal Achso, das ist von Marcel Ich habe ihn dann nach vorne gehauen Hä? Loll Ja, aber der kommt nicht Jetzt fummeln wir uns den hier irgendwie noch selber rein am Ende Nee, die können nur kein Tor schießen Ich wollte gerade sagen, die kriegen das nicht auf Reihe Oh, jetzt ist mein Controller ausgegangen Ich habe einen Wackelkontakt mit dem Controller Ich muss das Ganze die ganze Zeit das Kabel so komisch festhalten Kann so festkleben Spiel doch mit Tastatur Ich habe nur einen zweiten, die kann in den Line Nee, alles gut Oh Mann, das ist eine kritische Sache hier, Alter Wieso, die schaffen es nicht mal überhaupt Nee, nee Ja, war eins nur gegen solche Luschen? Ja, reicht doch Ein Pferd springt nur so hoch, wie es kann Ja, das stimmt natürlich Oh, der kommt Oh, fuck Mit Auge war das Oh, scheiße War es gerade ein Eigentor? Nein Von dir vielleicht? Ja, okay, Glück gehabt Toll, gutes Eigentor Das sah aus, als ob da Marcel noch angekommen ist, Alter Ja Jetzt verlieren wir wegen Kai Weil der ein Eigentor schießen musste Ja, ich fahre Und Aaron fährt auch super Gut Ich gehe wieder ins Tor Machen wieder Okay Torwart, wechsel Torwart, wechsel dich Wie damals Auf dem Schulhof Na, auf dem Schulhof hast du immer so der dickste Und mit Wo ist er ins Tor? Ja Das sind die Schulhofregeln Das Lustige ist Bei mir in der Parallelschule Machen die das halt immer auch noch Warum bei uns surfen wir die Fußballspiele auf der Schule? Klar Nein, weil wir verboten Also ich habe Fußball gespielt Ja, wo denn? Draußen Ja, Grundschule oder Weiterführende? Beides Nee, auf der Weiterführende hast Duftest doch kein Fußballspielen Alter, vielleicht gibt es ein sudden death Auf diesem kleinen Platz draußen Nee, da durftest du nicht Ach doch, klar Ach, da waren ja auch diese Minitore immer Ja Besser als gar nicht Hätte ich gerade total vergessen Jawohl Ja, da geht rein Sehr schön Wir dürfen nicht verlieren gegen solche Leute hier, ne? Nö Das Spiel nicht können Und wir Profis Müssen es eigentlich locker schaffen Ja, komm Ja, da ist das Ding Ja, da war einer Ja, da war einer im Tor Warum sagst du nicht, dass du passen willst? Ich bin wirklich nicht zu weit vorgefahren Ich dachte, du hast den im Tor gesehen Nein, ich dachte, du machst den rein jetzt Was? Was? Dass du den da über den rüber lupfst oder so Was macht der denn da? Schieb den jetzt weg hier, Alter Ich rass aus Ich spiel den weiter einfach nach vorne Was machst du denn da? Dribbel Leute, das ist nicht witzig Ja, super, danke Aber auch Fanny Au, Aaron, pass auf Du bist tot Wie, pass auf? Habe ich den mal erst mal abgeluckt von denen Hast du das gesehen? Nice war das Jetzt kommen wir die Plays von Marcel Boah Warte, warte Ich mache nochmal Mitte Sehe ich Total Mitte Na Das ist so knapp Hätte ich Boost-Fehler drin gewesen Mit Red Bull geht das nämlich nicht Oh, Aaron Ja, ich hüpfe, ja, oder? Wow, da konnte ich nicht Da konnte ich nicht Ich bin beide bitte so gespielt Junge, das war was für eine Scheiße Das hat wir verloren damit Oh, ja, super, Marcel Das war die beste Vorlage des Spiels Ja, der wäre ja so oder so Da runtergekommen Ich habe jetzt noch was versucht Nicht so wie du Und vor allem Wir drücken alle Revanche Auf jeden Fall Aber zwei sind rausgegangen von denen Von daher Einen von denen ziehen wir jetzt ab Der einen machen wir trotzdem fertig Der hat jetzt zwei Bonds Auf, zwei gewinnen Den ficken wir jetzt Die Map hier gefällt mir richtig gut Aber die Unterwasser-Map finde ich auch richtig geil Die ist echt Die ist echt schön geworden Diese Map Ist die neu? Relativ Ja, das heißt neu Halbes Jahr Oder mit Powerballer gewaschen Kommt nach vorne Der ist drin Oh nein Hast du das gesehen? Alter, wie scheiße Oh nein Junge Aber die Plays sind gut Die müssen nur noch abgestimmt werden Der ist drin Die spielen hier gegen Kevin Ice, ne? Ist der Bruder von Vanilla Ice Ich dachte der Bruder von Vanilla Ice Ist Schoko Ice Kevin Ice ist der Bruder von Jacqueline Tee, Alter Alle sind voll konzentriert Dass hier der Drecksball mal reingeht Ja, wird ja auch mal Zeit Ja, geil Bitteschön Das war gut Habe ich gerade gesagt, dass wir wieder verlieren Wir haben es für dich vorher nicht verloren Das ist eine ganz neue Aufnahme Du bekommst Rocket League Warum spielen die jetzt mit vier Leuten? Weil da noch zwei Bonds drin sind Und wenn der ein Jetzt ist es nur noch ein Bond Ach, dieser X, T, K, O, B, C, Y War eben doch jetzt im Game drin Den nehme ich Boah, was war das denn? Oh, Junge Was für eine knappe Parade Der spielt ja zart wie Kekse Ach, verdammt Der kommt nochmal Oh, der kommt ja perfekt runtergedroppt Keiner steht da Doch, ich war da Aber der Typ hat den Vollmögen gekriegt Oh, nein Mach ihn rein, Kai Jawoll Oh, nein Schön Wunderschön Ich dachte, ich schieße daneben Guck mal, jetzt Da habe ich ihn richtig schief getroffen Vorlage Das war gut gespielt So muss es weitergehen Genau so Jawoll Oder rein da Junge, wie gut wir das spielen Das sind die Pläne für die Söhne Die Pläne ist Zack Das war echt Super Ja War gut Äh, ich fahre Jawoll Oh, ich dachte, der kommt im Winkel Als ob Als ob der gegen beide Pfosten wie raus ist Kommt nach vorne Okay, du nicht Okay, du nicht Jetzt aber Jawoll Oh, schade Gut, Marcel Wir ziehen gerade voll ab Ja, 4-0, ey Können ja nix die Leute Wer hat die überhaupt seinen PC gelassen Dass die überhaupt noch wach sind Er schreibt Wo ist der Voice-Chat Ich habe keinen Voice-Chat an Ah, da Ja, es geht Wart mal Optionen Audio Chat Audio Steuerung Ich muss noch ein bisschen das Fliegen lernen Sprach-Chat Alle Audio Oh, fuck Sprach-Chat F Hello Free Candies Ah Ja, Jungs Jetzt kommt mein Tor geht noch Aber nicht so Der kommt nochmal Oh Oh Hätte dich aber reingelassen können Jawoll Sehr geil Nice, nice Headtrick Das war gut Da hat er das Leo Tor gesehen Und dachte sich so Ja Der muss rein Wenn nicht der Wär sonst Ja Hm Hm Der kommt nochmal Der kommt nochmal Der kommt nochmal Vor was Tor Naja Naja Zwei sind halt Connected Mehr Und einer Aaron Das ist unser Tor Egal Das ist unser Tor Nach der Runde Brauchen die Gegner jetzt erstmal Vorsprung Nein, dann können wir schön jetzt hier aufbauspiel Also wie beim linken Seite Bei der Fußball-WM schön erstmal 20 Rückpässe spielen Ja Oh Mann Der wird das A nicht gezogen Oh Ja Super Scheiße Das Tor geht auf A und Kappen Sensational Goal Nein, das war ein Leck Sieht man das? Siehst du ein Leck? Ja Ihr fahrt Adios Holla Der kommt nochmal Oh, da kommt ja richtig gut Ja gut, das wusste ich vorher nicht Ja Toll Gut gemacht, Marcel Mann, Scheiße Wir müssen uns auf jeden Fall mal absprechen Und nicht alle auf dem Haufen rumfahren Was, 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 was Er ist noch drin Hat er mir gerade echt den Ball geklaut Das ist schon Eine richtige Hubung Guck dir an, wie gut der war, Alter Über dich rübergesprungen Ja, der war Ich glaube, der hätte uns das vielleicht noch holen können Das war auf jeden Fall Hauptsache der Ball ist drin Okay, du hast den Das ist ja ein Teamsport Was wir hier machen, ne? Genau, deswegen zähle ich die Tore des Einzelnen Sondern das alles zusammen Und dieses Teams Team Auf geht's aber Auf geht's Machst du das Ding rein Nein Ja, safe Das ist natürlich geil Sensationelles Goal Dann machst du nix Das ist ja richtig ausgespielt, ne? Chilly So, so, so muss das Ja, so gehört sich das drauf Oh, der kommt vor dem Tor runter Ups, das war nicht gut Schön verlängert Aber ich war da Da müssen wir aber echt vorsichtig sein Ich bin der Dribbelkönig Von Mallorca Worum dribbelst du? Um die Schnapsleichen am Strand, oder? Ja In die leeren Bierdosen Nice Nice Too easy Ha, das ist ein Noob gewesen, ey Was macht der denn da für ne Scheiße Too easy So, los geht's Der Ball kommt gut Los geht's Der Ball kommt richtig gut Oha Oha Falsche Taste Ich hunks Was macht der denn? Warte, ich Ja, ich Ich Hab den Ball Direkt vors Tor gelegt Hier, er kommt nochmal rein Ihr zwei seid dann vorbeigesprungen Er kommt doch nochmal Immer ich Ich Was war das denn gerade für ne Aktion? Ja, da bin ich doof Da bin ich doof übergekommen Genau Der kommt Ah Warte, nochmal Nochmal Nein, der hat ihn geholt Ja, wer ist im Fall kackt Oh, fuck Diese runterkommenden Bälle Da muss ich nochmal gucken Dass ich die immer treffe Da bin ich jetzt echt aus der Übung Naja, das krieg ich auch nicht Dann immer Der kommt Nein Was? Aber der kommt Jawohl Nice So wie es sich gehört 4-1 Schön Glattrasur Ohne Aftershave Hast du bestimmt getroffen, ne? Ah Da geht keiner rein Mein Gott Oh, fuck Da war ich nicht Da geht keiner rein Da war ich nicht schnell genug Ich hatte keinen Fuß Wir waren wieder Jens Wiese, ey Mann, Mann, Mann Beim Wrestling Alles Guck Jetzt Oliver Neuer Oh, zerstört Ah, fuck Was filmt das jetzt hier alleine Easy Ist so Ich hab 20 Punkte Guck dir das an Da hab ich bedickt Dass er an den Ball kommt 1010 Punkte in einem Game Jetzt alle anderen zusammen Fährst du ran Du fährst ran Ich geh ins Tor Was anderes kann ich nicht Ach, verdammt Was tust du da, Aron? Befreiung Schlag? Ja, weil ich dich gerammt habe Quatsch Und schönes Tor Nice Zwei Headtricks in einem Game Wie viele Points? Leng Wie heißt das Lied im Hintergrund? Das gehört? Nein War das Sandstorm? Ich hätte nur Tor War das kein Sandstorm? Tut mir gut Das sieht, kenne ich Aber ich hab Keines gehört Deswegen kann ich das Gar nicht sagen Schön Ja Kai macht einfach wieder einen Rückpass Wohin? Wohin? Wohin spielt meine Rückpass, Kai? Ist ja nicht so, Junge Guck mal hier Zack Nach vorn Bei mir gibt's nur eine Richtung Wer nimmt von euch beiden eigentlich auf? Ich? Okay Weil Aaron die ganze Zeit nur Im Tor rumliegt Der wäre Nein Der wäre einfach noch fast gekommen, der Ball Der wäre einfach Der wäre einfach drinnen gewesen Ja Oh, Aufkleber Nice So, was jetzt? Also Zehn Schüsse Sechs Tore Ja Einfach bereit machen Achso Das Video sende ich auf jeden Fall Glattrasur Mache eine Frau rein, die sich die Beine rasiert Und Nein So Tschüss 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 Tschüss